Staatliche Pädagogische Herzen-Universität St. Petersburg, kurz Herzen. Herzen benannt nach dem russischen Schriftsteller, Politiker und Philosophen Alexander Ivanovich Herzen. Viele Fakultäten haben keine Analoge in Russland. Fakultäten der Völker, Völker des Höhen Nordens, Philosophie des Menschen, Weiterbildung und berufliche Umschulung der Mitarbeiter der Ausbildung, Sicherheit des Lebens. In den Tagfern- und Abend am Teiligen werden etwa 20.000 Studenten und Doktoranden ausgebildet. Heute unterhält die Universität verträgliche Beziehungen mit 60 ausländischen Universitäten und verschiedenen Bildungseinrichtungen in der USA, England, Österreich, Italien und anderen Ländern. Jedes Jahr werden mehr als 500 internationale Studenten an der Universität eingeschult. Dies ist eine Bestätigung für das höhe internationale Niveau der Universität.